das finde ich so lächerlich naja könnte ich nicht ändern aber ansonsten geht er vielleicht ich habe ihn mittlerweile einigermaßen raus wie du siehst letzte phase ist halt noch ein bisschen übung und ich muss rechtzeitig immer die heilung drücken wie schauts aus? kann ich weitermachen? du hast schon eingeschaltet wann hast du das gemacht? wie lange ist das her? 2 Sekunden ach du grönenleine könnte also der anfang ist scheinbar wieder ein outtake weil ich nicht wusste dass es schon wieder losgeht ok ich dachte wollte ich gar nicht weitermachen nur cutten ich habe sie gar nicht gleich wieder angemacht hallo und herzlich willkommen zurück zu kingdom hearts was lief mit dem finalen kapitel und wir bekämpfen gerade xehanot den terrasse körper ist ich muss natürlich ich habe die ersten phasen so einigermaßen jetzt hin hingekriegt sein das nervige ist halt noch die heilung aber das kann ich halt nicht so machen na stirb die verliste er reagiert halt automatisch auf attacken deswegen macht er die ganze zeit den dash weil hier was licht so es ist auf jeden fall jetzt in der phase 2 ok jetzt kommt das schluss dunkler impuls wieder ok 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 komm sehr schön so nah ist scheiße so zumindest in der zweiten phase oh oh nicht schon wieder kannst du noch was anderes machen wir haben hier vor direkt vor der nase stand und dann trotzdem noch ausweichen kann das ist so unfair teilweise so ah verdammt ich weiß warum er mich jetzt getroffen hat ich bin kurz aus der kombo rausgekommen ich finde diese anfangs cutscene wo er sich erstmal durch den boden portet und so komplett nutzlos so so ich wollte nicht rollen danke dass du das rad geschlagen hast so 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 Oh, 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 oh. Oh, Attacke gestiegen, nett, äh, falsche Taste, so, ne, so, oh man, sind aber immer noch in Phase 1 gerade, äh, toll, jetzt ist es zu dem scheiß ausgewichen, ne, gut, ach, der Attacke kann doch nicht ausweichen, ja, genau, Minentraff jetzt, ich wollte eigentlich blocken, aber okay, Okay, zweite Phase, Okay Weg, 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 Heilung, so, okay Sehr schön, gefällt mir, wenn es läuft Das war nicht so toll Wo ist denn meine Heilung, oh man, okay Ich finde es schön, dass wir in der, äh, Kombo selbst nicht ausweichen können Äh, ja, bitte, ach komm schon, ich habe die ganze Zeit blocken gedrückt, aber der macht dann nicht mehr blocken Scheiß, äh, Schussrhythmus bei ihm Hm Dadurch war halt deine Lücke, weil bei ihr nicht, weil ich jetzt endlich jetzt bar, 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 und ja Ich bin, ich frage mich halt, ob ich durch Kombo Plus mit den Barrieren hier auch mehr machen kann Wie in Kingdom Hearts 2 So Oh, uh... Hm. Du-du-du-du-du. Okay. 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 All right. You're a hero. Fire! You're a hero. You're a hero. You're a hero. Okay. Es ist anstrengend. Es ist halt wie Venitas zu bekämpfen und das macht's wirklich anstrengend. Okay. Okay, jetzt sind wir beim dunklen Puls. Müsste quasi zwei sein. So. Okay. Um. So. 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 Los. Daìn das immer absichtlich treffen. Damit ich das einfach kontern kann. Hm. Ja Okay so das war klar na komm schon block was so nein ach komm schon jedes mal durch sowas jedes mal wie mach ich das wie mach ich das so hmm so ja mach das ruhig noch weiter danke sehr das ist super schaden gerade gewesen danke sehr oh ja Schwein gehabt so ja sehr schön das hat klappt ok was ich bin diesmal nicht ausgewichen also ist das wirklich die hand zählt nicht mehr zur kombo das ist so dumm ich bin ja ja ich glaube dabei sie sagt gefühlt meiner meinung nach die ganze zeit stimmt terror wenn sie irgendwelche fähigkeiten wird so ich bin übrigens überlegen ob ich jetzt ich mache die folge noch voll wenn ich jetzt in der folge nicht schaffe dann werde ich mal noch ein paar fähigkeiten holen bevor ich das nächste mal kämpfe denn ich denke mal ein paar fähigkeiten würden mir noch helfen so 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 Ja, das habe ich mittlerweile kapiert, dass du diese Kumpel gerne machst. Würdest du bitte mal von mir abhauen? Oh nein. Okay. Was? Selbst mit Dauerradschlag komme ich nämlich nicht ausgewichen. Ey, ich würde mich doch verarschen. Dieser Boss ist meiner Meinung nach unfair. Ich kann mich verteidigen wie ich will, es bringt nichts. Die erste Phase geht ja noch mit dieser Attacke. So. Ach, natürlich. Wir haben hier aber diese Kombo. Ja, danke. Okay. Na? Wel? Hat das jetzt überhaupt schon mal bei mir gemacht? Ja, das war jetzt so dumm. Erst einmal ausweichen und dann... Ach, die scheiß Kombo. So. Am ich jetzt so? Die scheiß? Ja. Die scheiß Kombo. Die scheiß Kombo. Das ist eine geile Komode, trifft er mich glaube ich nicht vernünftig, äh nicht so gut, weil ich ja selbst die ganze Zeit am Ausweichen bin. So, Schattenspringer. Wow. Wow, ernsthaft nochmal? So. So. Du bist so schnell. So. Ach ja, ich konnte mich nicht bewegen, weil ich eine Rache war. So. 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 Okay, abgeblocken. Okay. So, komm, friss Ah 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 Okay. Gut. so sehr schön ich los das Feuer brenn ins Ministrop jetzt sehr schön okay brichst meine Rache ab ja toll Arschloch wer hat dir denn erlaubt dass du dich heilen darfst okay das ist wieder die Combo so Angriff abgebrochen Angriff abgebrochen sehr schön nochmal okay so ich brauche erstmal wieder Heilung wenn nämlich dunkler Pilz trifft ist es vorbei ja toll was war das denn für eine Aktion oh was du schützt dich dann haue ich ab wow oh das ist die Attacke so äh okay Feuer Feuer oh oh verdammt das habe ich mir gerade hoffen so okay na so gut so aha ich glaube ich bin in der letzten Phase ja wäre schön wenn du mal in das Trapez auch reinrennen würdest statt einfach nur auszuweichen ah dann halt nicht wow ich weiß nicht warum ich jetzt Schaden erhalten habe aber okay äh Feuer okay das hat getroffen und ich kann mich während dieser Attacken ziemlich gut treffen so okay puh sehr schön oh nein ich bin schon wieder okay aber es funktioniert ganz gut mit der Taktik die ich jetzt habe ah oh ja das hat richtig gut Schaden gemacht na komm friss das ich heil mich sicherheitshalber mal teleportier dich bitte weil ich hier jetzt jedes Mal wenn du dich teleportierst dann geht's ab jetzt okay oh nein das ist nicht toll so jetzt auch jo effektiv einmal noch oder zweimal teleportation okay letzte teleportation komm ich war schneller am abzug du Arschloch und das ist sogar ziemlich gute Partlänge geworden noch ah ich will guide you to the depths of darkness ja gut offensichtlich gibt es noch eine zweite phase alles klar die machen wir beim nächsten Mal bis dahin und tschüss auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen Vielen Dank.